So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Web-Tipp auf dem Kanal Triplex Medias. Heute geht es wieder mal um eine Plattform für Gratis-Artikel, Gutscheine, Schnäppchen und was das sonst noch so begehrt. Vielleicht erinnern sich manche von euch noch an das Portal YoYay, was ich einmal vorgestellt habe. Ja, es gibt jetzt so ein ähnliches Portal mit ein paar Memmern, die hatten da irgendwie Streit mit dem neuen Admin oder so. Ach, kein Plan. Auf jeden Fall gibt es jetzt so ein neues Portal, das alte Portal gibt es auch noch, also YoYay gibt es immer noch. Aber YoYay ist im Prinzip das gleiche, beziehungsweise soll, wie ich gehört habe, besser sein. Ihr könnt euch ja selber ein Bild davon machen. Auf jeden Fall, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ja, wie gesagt, auf YoYayay.de findet ihr Gratis-Artikel, Gutscheine, Schnäppchen, Möglichkeit, wie man Geld verdienen kann und noch ein paar andere Forenbereiche. Ja, wenn ihr interessiert seid daran, dann könnt ihr unten auf den Link gehen, der in der Beschreibung steht. Wie gesagt, dann geht ihr hier auf Registrieren. Dann geht ihr hier auf, ich habe die Nutzungsbestimmung gelesen und akzeptieren und akzeptiere sich so. Dann füllt ihr alles aus und angeworben durch. Wäre cool, wenn ihr XXX Medias eingebt. Ja, dann habt ihr mich sozusagen unterstützt und sozusagen mir gedankt, dass ich euch diese Seite gezeigt habe. Ja, wenn ihr euch dann einloggt, ich mache das mal eben kurz. So. Einen Moment. Ja, ist okay. So, dann finden wir hier ein paar Bereiche. Wie gesagt, dann am besten stellt ihr euch erstmal kurz vor hier in dem Forum. Wenn ihr auch die Besucher seid nach Gratis-Artikeln, dann guckt natürlich bei Gratis-Artikeln, nach Schnäppchen, Gutscheine, alles Mögliche halt, alles, wo man richtig viel Geld sparen kann. Geld verdient im Internet wird wahrscheinlich auch ein paar Leute interessieren. In allgemeinen Foren, hier Homepage-Vorstellungen, Computer, Internet, Musik, Mobile, Off-Topic, Kaufberatung, Spam, Tutorials, alles Mögliche. Ja, und falls ihr auch noch mit den Leuten kommunizieren wollt, so, dann könnt ihr auch in den Chat gehen und dort ein bisschen schreiben. Es sind auch ein paar Leute online manchmal. Und man kann auch Guthaben sammeln und so, wie ich glaube ich sehe. Oder Shop, gibt es da schon was. Reise und Einkommen, also, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht wird da auch noch was ordentliches. Kommt im Job, wie gesagt, das, ähm, der, der, der Dings ist noch relativ, äh, das Portal ist noch relativ neu. Freunde einladen, gibt es da was? Ähm, ach so, hier gibt es ein Refling. Der, der wird dann unten in der Beschreibung sein. Wenn ihr euch nicht über den anmelden wollt, dann gebt ihr einfach enjoys.de in euer, in eure Browser-Adresszeile ein und dann habt ihr das Ganze. Ja, ich hoffe, ihr schaut mal vorbei. Das Portal gefällt mir ganz gut und so. Design ist auch recht ansprechend. Äh, falls ihr die Leute auch noch unterstützen wollt, geht ihr einfach hier auf den Facebook-Button und liked die kurz. Ich hab das jetzt schon gemacht. Und, ja, die haben jetzt ein paar Likes und deshalb wäre cool, wenn ihr die auch liken würdet. So, es wird's gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Ihr schaut auf dem Portal vorbei und so, ja. Bleibt so ihr seid, euer Franz, euer Franz Dockt und, ja, haut rein! Bis bald. Bis bald.